Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallihallo und herzlich willkommen zu den Movie Cannibals. Das sind der liebe Till. Moin. Und ich, der Sven. Hallo. Das ist ein kleines Projekt vom Tele-Stammtisch. Wir wollen uns mit DTV-Perlen beschäftigen, also Filmen, die bei uns nicht in die Kinos kommen, sondern direkt auf DVD, Blu-ray oder als Stream erscheinen. Hauptaugenmerk liegt hier natürlich auf Gegröße, Horror, Splatter und Co. Wir haben drei Filme am Start und zwar Remember, Split Desire und Ach du Scheiße. Aber zuerst. Horror und Grusel hat ja für jeden so eine andere Bedeutung und jeder hat andere Sehgewohnheiten. Till, was ist für dich Horror? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich habe mir tatsächlich, ich habe heute Morgen, dachte ich mir so, ja, was erzählst du denn? So, ähm, es, ich kann es gar nicht so richtig, so gar nicht richtig zusammenfassen, weil ich, ich grusel mich einfach gerne, aber da habe ich noch nicht so richtig raus, schon immer nicht, wovon das abhängt. So, es gibt, es gibt Filme, da kacke ich mir in die Hose und es gibt Filme vom gleichen Genre, da passiert gar nichts. Das ist halt, es muss für mich einfach, es muss mich für mich einfach richtig, die Inszenierung ist es. Entweder muss es, muss das Blut fließen und es muss gesplättert werden, dann ist mir der Rest auch egal, auch wenn ich mich nicht grusel. Das ist, das ist Horror. Dann die Sachen, die man selber nicht erleben möchte, die man sich anguckt, abseits von diesen ganzen Thriller- und Dramasachen, ähm, ist, ist, ist Horror. Ne, wenn ich sehe, okay, da ist irgendwie, ich gucke mir jetzt den House-Invasion-Film an, das ist halt einfach richtig unangenehm, weil sowas möchte man selber nicht erleben. Andersrum bei irgendwelchen übernatürlichen Horror à la Evil Dead oder so, da muss einfach, da muss das Visuelle passen. Also ich, ich muss, das, was ich sehe, muss mich, muss mich schocken und das, was ich nicht sehe, muss vorher aber so gut dargestellt werden, dass ich mich, dass ich mir einfach richtig üblen Kram vorstelle, den ich mir gar nicht vorstellen will. Das ist halt, das ist halt das Schwierige. Ich finde es total, total schwer, das so richtig zu definieren. Aber es ist, ja, die Sachen, die man sieht, die man selber nie erleben möchte und die einen auch so ein bisschen an die Grenzen bringen. Das finde ich immer so ganz interessant, weil ich finde, das ist so das, das Genre, wo man sich immer so ein bisschen weiter traut und selber seine Grenzen testet. Und was kann ich mir angucken? Weil es ist ja das, das Visuelle, was man sieht, das kann einen ja auch schon doch manchmal, ja, mit dem Kloß im Hals hinterlassen. Da würde ich so, da würde ich so ungefähr so die, den Rahmen stecken. Andererseits ist das, was wir uns jetzt hier, den Film, ach du Scheiße, das ist nicht, das ist halt ganz klar, ganz klar tiefes deutsches Genre und nicht so ein klassischer Horrorfilm. Aber auch das ist die Hölle. Darüber reden wir ja dann noch, was der da erlebt. Ja, und wie gesagt, ich grusel mich schon seit ich ein Kind bin einfach. Ob das früher Bücher waren, es gab die Gänsehautbücher, ich weiß nicht, ob du die kennst. Doch. Ja, und ich habe immer schon gegruselt, dann angefangen mit den Carpenterfilmen, irgendwie The Fog mit 10 geguckt. Zu früh, aber ich habe mich wirklich gegruselt und ich habe, aber ich mag das. Ich war da nie hinten raus so schissig und hatte dann irgendwie wochenlang Angst. Ich mag einfach, wenn es mich gruselt. Das sind so die beiden Sachen. Ja, tatsächlich so. Es ist schon schwer, weil ich habe mir gestern Abend dann auch überlegt, dachte ich, ja, was ist es für mich? Ich würde diese ganze Evil Dead, wobei der ist spannend. Also bei mir muss Spannung ran. Bei mir ist Horror eigentlich die Sache, dass es im Kopf stattfindet. Dieses ganze Gesplatter und Gegröße und Gefolterer oder sonst irgendwas hat für mich mit Horror relativ wenig zu tun. Und ich habe es da eher so ein bisschen klassisch. Ich war zum Beispiel ganz happy, als ich den ersten Conjuring gesehen habe im Kino und kam raus und dachte, da lief es mir schon eiskalt den Buckel runter. Ich meine, es war auch noch nicht so vollgepackt mit Scarejumps, aber so, also ich brauche keine Blutfontänen, um mich zu gruseln. Nee, das nicht. Nee, 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 das nicht. Genau. Das ist ja so dieses, ja, es liegt halt am Thema und dann muss es halt hoffentlich auch noch gut inszeniert sein. Das ist halt das Schwierige daran. Ich habe, es gibt einen tollen Found-Footage-Film, der heißt Gonjum Asylum. Kennst du den? Nee, nee. Weil man auch den Chat noch so ab und zu mal sieht. Das war plötzlich wieder sowas, wo ich mich echt gegruselt habe und ich wusste aber nicht genau, ich konnte nicht genau sagen, was macht der denn anders als andere. Das ist echt schwer. Das ist halt Inszenierung, Musik, nicht mal unbedingt Schauspiel, wobei das hilft natürlich, wenn es überzeugend ist. Das ist ein spannender Punkt, weil wenn ich mit den Charakteren überhaupt nichts anfangen kann, ist mir es teilweise egal und dann, ah, das ist halt beim, zum Beispiel beim neuesten Texas Chainsaw, den ich wirklich sehr mag, der hat mich auch wirklich überrascht. Und da war es mir so teilweise so scheißegal, was mit den Hauptdarstellerinnen passiert, weil ich einfach überhaupt keine Sympathie und kein, naja, Mitgefühl nicht. Mitgefühl schon, aber war überhaupt keine Sympathie da, weil die mir so auf die Nerven gegangen sind teilweise. Und da habe ich einfach nur gehofft, Leatherface, schnapp sie dir! Ja. Das ist für mich dann halt auch kein Horror. Bei mir war es tatsächlich der erste Horrorfilm. Ich bin gleich richtig derb eingestiegen und das war in der ersten oder zweiten Klasse mit Nightmare on Elm Street. Wow. Ja, aber auch nur eine Dreiviertelstunde und das hat mich Jahre gekostet, um das zu bearbeiten und mindestens, ich weiß nicht, knapp zwei Wochen, wo ich nicht wirklich gut geschlafen habe. Das ist auch, ja, das ist schon echt übel. Und was auch noch dazu kommt, ich liebe einfach gute Effekte. Dass, wenn, wenn ein Film, ein Horrorfilm gute Effekte aufweist, also hoffentlich bitte auch Practicals, weil CGI-Blut ist ganz oft einfach relativ hässlich. So, und auch da kommen wir bei Remember später noch zu. Das ist, wenn, wenn die Effekte nicht so geil aussehen, dann reißt mich das auch raus. Wenn, wenn es, wenn es überall, überall kommt wirklich Horror, Monster oder es kommt der nächste Killer an und dann siehst du einfach, wie, wie die Kills nur am Computer generiert wurden. Das nervt mich. Da habe, das, das kommt auch noch dazu. Ich liebe einfach das zu sehen, wie die Leute noch handwerklich arbeiten können, was so die Effekte angeht. Das ist einfach super. Sollen wir mal loslegen? Ja, machen wir mal. Das Problem, dass sie einfach unsichtbar ist. Für alle. Und, ähm, wie heißt sie denn? Ach, das sind diese Namen, ne? Asuka Morisaki heißt sie im, in der Serie, in dem Film. Wird gespielt von Kana Hashimoto. Kennt außer Assassination Classroom wahrscheinlich, wahrscheinlich auch, auch niemand. Das ist eine Außenseiterin, die tut vor ihrer Mutter immer so, ja, lass dir schmecken mit deinen Freunden. Ja, ich lasse mir schmecken mit meinen Freunden, aber sie hat einfach keine Freunde. Dann lernt man so ganz kurz die Situation kennen, die alle Schüler kennen, die so wichtig sind. Und dann landen alle aber plötzlich nachts in einer leeren Schule und werden von so einem, von einem roten Mädchen verfolgt und getötet. Und das ist im Endeffekt das Ding. Es ist ein Zeitschleifenfilm. Die erleben den Tag immer wieder von neun und müssen herausfinden, warum die sechs ausgewählt wurden und was die Aufgabe ist. Wie können sie die Zeitschleife durchbrechen? Das Ganze ist nichts Neues. Das kennt man. Aber die Geschichte dahinter ist halt, ist halt mal was anderes. Und das basiert auf einem Manga, auf einem Webmanga. Wurde auch, soweit ich weiß, schon mal als Anime umgesetzt. Und das Ganze ist jetzt, ja, als Realverfilmung. Wie so viele Mangas und Animes real verfilmt werden. Assassination Classroom ist ja auch ein Anime, beziehungsweise Manga. Und der Regisseur hat auch noch Videospielverfilmung Resident Evil Infinite Darkness gemacht. Den habe ich nicht gesehen. Und das ist die nächste Anime-Verfilmung, die, ja, mal sehen, ob sie in die Kerbe schlägt, wie die viele mäßigen Anime-Verfilmungen. Ich dachte erst beim Thema Zeitschleifen, ich mag das. Ja, genau. Ich bin da echt ein Fan von. Da gibt es wirklich ein paar ganz gute Filme jetzt auch außerhalb vom Horror-Genre. Wirklich Spaß machen. Und gleich vorweg gesagt, der Film ist nur im Originalton vorhanden. Also kann man auf Englisch umstellen und dann Untertitel einschalten. Und das hat mir schon ganz viel vermisst, muss ich zugeben. Ach so, hast du es ins OV oder auf Englisch geguckt? Ich habe es auf Englisch geguckt. Ah, okay. Aber ja, ich dachte erst, oh komm, lässt du den Originalton und machst dir unten englische Untertitel hin. Und habe dann ein bisschen rumgebastelt und bin dann aber auf englischer Sprache und Untertitel hängen geblieben. Trotzdem hat es mir relativ viel kaputt gemacht, weil ich überhaupt konnte keinen Zugang zu den Charakteren aufbauen. Man muss auch sagen, dass der Film, ja, wie viele asiatische Filme einfach auch diesen asiatischen Touch hat. Was für viele vielleicht auch abschreckend ist. Aber du merkst hier wirklich, dass der halt für ein asiatisches Publikum zugeschnitten ist. Wenn die für westliche Sachen, fahren sie es ja manchmal gerne ein bisschen runter. Aber da siehst du schon deutlich diesen asiatischen Popculture-Einschlag auch. Ja, absolut. Das habe ich mir auch. Ich wusste, als ich den geguckt habe, nicht, dass das eine Manga-Verfilmung beziehungsweise eine Anime-Verfilmung ist. Ich habe den im Original geguckt, weil ich, seit ich denken kann, gucke ich meine Animes auch auf Japanisch. So, von daher ist das etwas, damit bin ich quasi über die Jahre aufgewachsen und mitgewachsen. Das stört mich überhaupt nicht. Vor allem, weil die Synchros Englisch-Deutsch halt auch leider aus Asien oft relativ schlecht sind. Es sei denn, es ist ein wirklich richtiger High-Budget oder erfolgreiche Kinofilmproduktion. So, gerade aus Südkorea, da kann man das machen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, als ich den gesehen habe, ey, der ist komplett wie ein Realfilm-Manga. So, die Bewegungen, wie der eine dann auf den Stuhl springt und sein Peace-Zeichen in die Luft hält, wie die Kamera aus dem Kamerawinkel. Dann gab es so eine Parallelmontage. Es war alles und auch das Überleuchtete, das alles Schrie-Manga und Anime. Und dann habe ich danach tatsächlich nochmal nachgeguckt. Tatsächlich basiert es halt, wie ich schon gesagt habe, darauf. Das finde ich nicht so geil, weil wenn ich Anime gucke, gucke ich mir ein Anime an, ein bisschen geerdeter darstellen können. So, das ist nicht mehr unbedingt so der japanische Touch, der da mitschwingt, sondern einfach macht es doch nicht genauso wie im Anime. Macht doch mal eure eigene Sache draus. Das hat mich ein bisschen gestört. Aber ansonsten bin ich mit den Charakteren eigentlich so ganz okay warm geworden. Ja, nee, ich hatte da echt so ein bisschen meine Probleme. Ich meine, es dauert ja auch ein bisschen, bis es dann wirklich zur Sache geht. Und was da dann teilweise passiert, ich war jetzt nicht geschockt. Ich mag Filme aus dem asiatischen Raum sehr, sehr gern. Ich komme auch mit dem Overacting super zurecht. Ich kann das schön ausblenden. Aber hier dachte ich mir zwischendrin, ihr zerstört gerade eine Atmosphäre, die ihr aufgebaut habt. Das ist unbeschreiblich. Meinst du die Strandszene dann irgendwann, oder? Na, ich meine auch dieses, also ich muss sagen, den Dämon mochte ich sehr gern. Der war ganz cool am Anfang, zumindest am Anfang. Hatte ich da auch schon so ein, also jetzt keine Gänsehaut, aber ich dachte, oh doch, das könnte echt ganz interessant werden. Aber irgendwann wird es dann einfach lächerlich, weil sie diesen Popsong da reinschneiden. Und du sitzt da und denkst, ach du Scheiße, was ist denn das? Aber kommen wir doch erstmal zum Angenehmen. Und zwar, wie hat dir der Dämon gefallen und die Kills und die Effekte? Das rote Mädchen mit ihrer Puppe in der Hand und das Drumherum hat mir im Dunkeln, in dieser dunklen Schule, nachts hat mir gut gefallen. Weil das sah gut aus. Die Kills waren ordentlich und saftig. Leider, was ich ja vorhin schon angesprochen hatte, leider viel CGI. Teilweise ganz schrecklich, teilweise okay. Practicals sind aber auch dabei. Das ist halt ein bisschen durchmischt, was es halt noch auffälliger macht, weil die Practicals sind gut gemacht. Und das CGI, wenn dann jemand in der Mitte zerteilt wird und das sieht aus, als hätten die das gefilmt ohne den Körper und den Körper einfach so in Photoshop davor langschleifen lassen. Das sah dann schon nicht so geil aus. Und am Ende, da gibt es nochmal so ein bisschen so einen Dämonwechsel. Da sieht man nochmal ein anderes Vieh. Das fand ich irgendwie cool, weil das hatte irgendwie sowas von alten Godzilla oder Power Ranger Monstern. Weil das sah nicht wirklich extrem gut gemacht aus, aber irgendwie fand ich es cool. Das sah aus wie so eine Bürste, die in der Waschanlage sich drehen. Das fand ich irgendwie cool. Ich weiß nicht wieso. Und auch wenn es das Maul dann so öffnet, das sah alles gut aus. Das fand ich wirklich gut gemacht. Wie gesagt, das ist für den FSK 16 ist schon ganz gut, wird schon ganz gut gesplattert, muss ich sagen. Da kommt man einigermaßen auf seine Kosten. Und am Anfang das rote Mädchen war, glaube ich, auch kaum CGI. Das sah echt cool aus und hat mich erst mal überrascht. Ah, nicht nett. Also die Schulsachen fand ich teilweise ganz spannend gemacht, aber ich habe mir da auch gedacht, eh, da seid ihr echt hinter euren Möglichkeiten zurückgeblieben, einfach um es besser auszuleuchten. Und ich finde auch diese Brechung, ich meine, wenn du dann beim vierten Mal oder beim fünften Mal merkst, verdammt, das ist derselbe Tag immer und immer wieder und dieselbe Nacht und es kommt sowieso immer wieder dasselbe. Da fand ich einfach dieses Ausklügeln des Plans, da hätte man ein bisschen mehr machen können. Ansonsten, ja, also kleine Kilometer mit krassen Puppen ziehen bei mir eigentlich immer. Das schwarze, lange Haare sind ja sowieso immer dabei, ne, japanischen, ja. Ja, aber ich war wirklich da gesessen. Als sie dann halt diesen Popsong und alles andere eingefügt haben, dachte ich mir, okay, das ist mir einfach, das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel und das hat mir so viel kaputt gemacht. Ja, das ist das Monster am Schluss, ich weiß nicht. Idee cool, aber ich bin halt auch kein Manga-Fan. Also ich kann da damit, ich kann dir da überhaupt kennen, nur eins und das ist Akira. Und das hat damit auch nicht wirklich was zu tun. Nein, das ist, also es ist weit weg von dem Akira-Level, ja. Ganz weit weg. Es war jetzt keine super Vollkatastrophe, aber ich war auch froh, als es vorbei war, muss ich zugeben. Das fand ich auch. Also es war, irgendwann hatte es sich so ein bisschen abgenutzt. Und dann kam, wie gesagt, noch so eine für mich völlig bescheuerte Strandszene. Alle, alle haben sich lieb und das war wirklich, also es ist wirklich sehr klischeehaft inszeniert. Das ist, ja, ist so. Ich kann mir auch vorstellen, dass die, die den Manga gelesen haben, wahrscheinlich noch mehr abkotzen würden. Kann ich mir nur vorstellen, ich weiß es nicht. Weil es sehr gerafft ist, aber der Manga ist selber auch nicht lang, kann ich, da kann ich leider nichts zu sagen. Dann kommen wir doch eher zur Bewertung und Empfehlung. Ja, machen wir. Schieß los. Schwierig. Ich gehe, also ich würde, ich würde es wie bei Letterboxd halten auf 5 und ich würde es so zweieinhalb von 5 geben. Ich konnte mir, irgendwie konnte ich mir noch ein bisschen was rausziehen. Ich fand die beiden, die beiden Monster ganz cool und alles drumherum. Wenn man erstmal so ein bisschen geblickt hat, worum es geht und das dauert nicht lange, zieht sich das bei 90 bis 100, 100 Minuten doch schon einigermaßen. Es ist einfach so. Ja, ich bin da etwas harscher. Es gibt für mich bessere Zeitschleifen für mich. Also ich gucke mir dann lieber nochmal Happy Death Day an, den ich sehr gut, also den ich wirklich auch sehr mag. Der hat mich wirklich überrascht als das nochmal. Aber ich bin halt auch kein Manga-Fan. Deswegen halte ich mich da eher zurück. Für mich war es nix. Für Fans vielleicht einen Blick wert. Guckt rein und entscheidet selbst. Das denke ich auch. Gut, schießen wir gleich zum nächsten. Immer gerne. Split Desire's Dunkle Triebe. Regie führte Hideo Nakata. Den kennt man ja von Ring und Dark Water unter anderem. Der Film ist von 2019 und erscheint bei uns am 12.04. auf Blu-Ray und DVD. Till, hau ihn raus, den Inhalt. Ich hau ihn raus, den Inhalt, ja. Split Desire's. Das ist schon wieder so ein toller Untertitel, ne? Da war wieder... Der heißt im Englischen ja The Woman Who Keeps a Murderer. Warum ändert man den in einen anderen englischen Titel? Verrate es mir bitte. Ich denke, also möchte es noch nicht so viel verraten, aber Desire und dunkle Triebe bezeichnet es eigentlich besser als das Englische in dem Fall. Es ist richtig. Naja, auf jeden Fall geht es um Kyoko. Die wurde als Kind sexuell missbraucht, hat sich im Endeffekt von der Männerwelt abgeschworen, führt eine lesbische Partnerschaft mit einer sehr krankhaft eifersüchtigen Naomi. Und dann merkt sie aber, dass direkt gegenüber oder auf ihrer Ebene in so einem großen, in so einem riesigen Betonblock, wo sie wohnt, ein Schriftsteller wohnt. Und den Schriftsteller findet sie natürlich ganz toll und hat natürlich auch alle Bücher gelesen von dem. Es gibt dann so ein paar angespannte Situationen und irgendwann eskaliert es. Und wie hier geschrieben steht in der Zusammenfassung, in einer Spirale aus Sex und Gewalt. Es ist eher ein Erotik-Thriller, aber wird auch betitelt als Horror. Und du hattest ja schon gesagt, der Regisseur ist jemand, der kann eigentlich, der kann das eigentlich. Der hat ja auch das Remake von The Ring gemacht. Der Ersten hat ja Govabinski gemacht, den Zweiten hat wieder der Hideo Nakata gemacht. Und der Regisseur hat auch, falls ich das weiß, den Film White Lily gemacht. Das ist auch so ein Erotik-Ding. Ich weiß nicht, dass irgendwie seine Schiene seit ein paar Jahren anscheinend. Nun, und dann gibt es jetzt diesen FSK-18-Titel mit sehr viel nackter Haut, ja. Ja, mit mehr nackter Haut als Horror, also. Ja, 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 ja. Ich habe mir das Ding angeguckt und dachte, oh nein. Die FSK-18 wegen den Sex-Szenen, wobei sie jetzt sich ja, also man sieht trotzdem viel nackte Haut. Und es wird einem auch viel selbst überlassen, sich da was zusammenzuspinnen. Aber da war ich auch da gesessen und dachte, ach nö, was soll denn da? Die Thematik Unterwerfung, Trauma, sexuelle Begierde und so weiter und so fort. Nichts draus gemacht, außer von einer Sex-Szene zur nächsten. Und ja, das war auch nichts für mich. Ja, ich habe mich auch erst mal darauf gefreut, weil ich dachte, oh, der Regisseur, eigentlich das, was ich von dem kenne, das ist ja schon mal gar nicht so doof. The Ring mag ich, das Original und auch das Remake. Aber The Ring 2 von ihm, das Remake, das kenne ich tatsächlich noch nicht. Und ich habe das Ding, ich habe den Film geguckt, als ich im Auto, ich musste eine relativ lange Zeit im Auto warten und habe das dann im Auto geguckt und hatte immer Schiss. Okay, wenn die Leute jetzt ins Auto gucken, denken die, ich gucke mir da ein Porno an. Das war, ich habe immer so alle paar Minuten mal zur Seite geguckt und dachte mir, okay, ist jetzt kein, ist jetzt nicht auf dem Level von der Taschendiebene oder so. Aber es ist ja schon, geht es schon einigermaßen zur Sache. Und dann habe ich immer mehr gewartet, wann kommt denn jetzt das, weshalb ich das gucke. Wir haben uns den Film irgendwie ausgesucht, weil wir den jetzt unter anderem auch als Screener geschickt bekommen haben. Und dann gab es irgendwann einen Mord, aber vorher gab es 80 Prozent nochmal Sex. Und dann gab es nochmal ganz kurz einen anderen Mord und dann gab es den gleichen Mord, aber nochmal, aber aus einer anderen Perspektive, aber auch mit ganz viel Sex vorher. Und das war es. Also da, weiß ich nicht, das hat mich ein bisschen, leider auch so ein bisschen enttäuscht. Ich denke, Komplettisten werden den sowieso gucken und das sollten sie dann auch, alleine wegen des Regisseurs. Und auch der Twist, der wird ganz, ganz am Anfang, wird das schon vorweggenommen und wahrscheinlich hätte es dem Film besser getan, das ein bisschen nach hinten zu verschieben. Vielleicht nicht ganz ans Ende, aber dass man es so in der Mitte oder Anfang des letzten Drittels, dass man das dahin packt, weil dann die Interaktion mit den Personen um die Hauptdarstellerin herum, die hätte es dann nochmal ein bisschen interessanter gemacht. Und so weiß man direkt, warum sie sich wie verhält. Und das fand ich schwierig. Ja, das stimmt. Das fand ich zu früh. Das war zu früh. Das hätte man anders da lösen können und dann wäre vielleicht noch was Spannenderes bei rausgekommen. So habe ich mich auch nur von einer Sexszene zur nächsten gehangelt und habe gedacht, um Gottes Willen. Naja gut, er geht ja nicht lang. Das war dann für mich relativ erträglich, wo ich gedacht habe, okay gut, das ist ja gleich fertig. Aber ich konnte mir da auch nichts, ich konnte mir da auch nichts wirklich Großes rausziehen. Das Einzige, was mir da halt mal wieder aufgefallen ist, wie, also wenn es im asiatischen Raum bei Filmen abgefuckte Personen gibt, gibt es immer noch abgefucktere Leute. Also da ist keiner irgendwie normal. Die haben alle total einen an der Waffel und das kann cool rüberkommen. Das kann auch richtig gut werden. Es gibt ja da auch diverse Genre-Vertreter, die zeigen, wie man es dann auch richtig macht. Also in dem Fall, ich mochte auch Ring. Ich fand den richtig gut, den ersten. Und auch das Remake hat mir sehr gut gefallen. Aber hier war ich dann auch da gesessen und dachte, okay, dann gucken wir mal. Oh ja, Zeit für Sex. Naja, das ist wirklich, es ist wirklich viel, ja. Und ja, irgendwann hat es mich dann auch wirklich tatsächlich genervt. Ich dachte, es ist ein Lückenfüller und scheiße, bin ich schon wieder einem falschen Titel auf den Leim gegangen. Aber gut, wir haben es überlegt. Richtig, das denke ich auch. Es ist, wie gesagt, es ist, ja, ab 18 ist halt, ich habe halt überlegt, wie sind denn diese ganzen Game of Thrones Sex-Folgen, die sind doch meistens ab 16. Ich weiß nicht, ist das hier einfach nur, weil es Frau mit Frau ist? Ich meine, am Ende nicht, aber keine Ahnung, wonach da entschieden wird. Je nachdem, vielleicht sind ja auch Trailer noch auf der Blu-Ray oder irgendwas, die ab 18 sind. Das ist auch oft so, ja, genau. Die dann halt einfach den Film aufwerten und du dann denkst, ja geil, ab 18, da muss es rund gehen. Und dann zu Hause und denkst, Sex? Könnte ich mal ein Porno kaufen können. Das stimmt. Das wäre dann aber auch ein Enttäuschender gewesen. Es ist einfach so. Hast du noch irgendwas Positives zu dem Film? Ich fand die Mutter irgendwie cool. Natürlich ist nicht nur, es reicht ja nicht, wenn man sieht, okay, das Kind hat echt üble Erfahrungen gemacht als Kind. Das sieht man auch nur ganz, ganz kurz. Es ist auch nicht explizit, wie sie da, welche Art von Missbrauch, man kann sich aber leider denken. Ja, und dann ist natürlich auch noch die Mutter eine absolute Vollkatastrophe. Die fand ich eigentlich so ganz cool, weil es halt auch so gepasst hat, weil es typisch japanisch auch richtig drüber war. Aber ansonsten, ja, ist das auch so ein Griff. Ja, da entscheidet man eher nach dem Regisseur, würde ich sagen. Wenn man sagt, okay, den finde ich gut und egal, egal, was der jetzt macht, ich möchte das mir gerne alles angucken, weil ich bin Fan und The Ring hat mir gut gefallen. Und dieser, der Schauspieler, der den, der den Autoren spielt, der hat in Wem Puls oder Puls mitgespielt. Das ist auch ein japanischer, ein japanisches Gruselding. Kennst du den? Ja, der ist ja mit den Fotos, ne? Der ist ganz gut, genau. Das ist dann so. Ach nee, ich wollte gerade das Ende spoilern. Den fand ich, den fand ich auch ganz gut, aber ansonsten, ja, schwierig. Aber für einen BTV-Film ist es okay, aber jetzt nicht so eine krasse Überraschung, würde ich sagen. Man, DM, ey, das ist auch wieder so. Ja, ich glaube, ich hatte dann zwei von fünf genommen. Ja, weil es leider auch nicht so prall ist, muss man einfach sagen. Schauspielerisch ist okay. Leichtes Overacting wieder. Die ganzen Frauen, die man da sieht, haben alle ihren sehr speziellen Charakter. Damit komme ich klar. Und dann gehe ich, ja, wie gesagt, gehe ich auf zwei, zweieinhalb vielleicht, aber wahrscheinlich eher zwei. Also ich war auch wieder froh, als ich ihn ausgemacht habe. Das war auch nichts für mich. Also die, ja, wie gesagt, ich habe jetzt kein Problem mit asiatischen Filmen, aber da habe ich auch gedacht, ach nee, das ist was. Den kauft man sich vielleicht und ärgert sich zu Hause und denkt, ach nee, da war echt eine andere Beschreibung nehmen können. Ja, die Leistung von den Schauspielern her war gut, aber es war mir dann halt irgendwann wirklich tatsächlich auch zu abgefuckt, weil irgendwie jeder halt auch wieder total irre. Und ja, das dachte ich mir, ja gut, okay, nee. Und halt, wie gesagt, der Twist, den hätte man tatsächlich an den Schluss packen. Ja, finde ich auch, genau. Und es gibt so ein paar Pressezitate, ohne dass ich jetzt sage, wer das geschrieben hat, aber da fällt sowas wie erstklassiger Film voller blutiger Thriller-Elemente. Nein, würde ich nicht so unterschreiben. Und auch ein wahrhaft tabuloser Psychothriller ist es auch nicht, weil fürs Tabulose hat er zu wenig geboten. Ist einfach so, da hätte er sich vielleicht noch ein bisschen mehr trauen sollen. Wir haben uns das angeguckt und vielleicht erspart man dem ein oder anderen Jahr, sich das anzugucken. Dann wollen wir euch da natürlich nicht im Wege stehen, wenn ihr sagt, ich finde es gut, wünschen wir euch viel Spaß. An alle anderen, die denken, da kommt was wie Ring oder Dark Water oder sonst irgendwas auf mich zu, kann man nur sagen, Leute, nein, außer ihr mit Sex. Genau. Gut. Einfach vorspulend. Da hängst du aber fast einen ganzen Film dran. Ja, richtig. Okay, dann kommen wir zu etwas Positiverem, würde ich sagen. Mhm. Und zwar, jeder, der mal bei Rock am Ring auf die Toiletten gegangen ist, auf die Dixi-Klos, kennt das mit Spannung geladene Gefühl, wenn ich drauf bin, hoffentlich schmeißt keiner dieses Ding um. Allerdings, ja. Das ist krass aufregend, aber vergesst es, denn Frank aus Ach du Scheiße aus dem Jahr 2022, Regie führte Lukas Rinker, hat hier ordentlich in die Scheiße gegriffen. Und Till darf gerne etwas ausführlicher darüber berichten. Ja, wie gesagt, es geht um, ich würde ihn mal Frank nennen, ne, weil es ja, ach ja, ajo, ja. Ja, es geht, FSK 16, das Ding, es geht um Frank, der erwacht plötzlich aus seiner Ohnmacht und ist doch etwas verwundert, weil er blutverschmiert und eingequetscht in so einem Dixi-Klo liegt. Und es gibt nicht einen Hauch eines Entkommens für ihn, weil erstens ist die verschlossen und zweitens hat er, weil er in eine Baugrube gefallen ist, diese Metall-Eisen-Strieben, die in Beton gegossen sind für die Statik und Festigkeit, ich bin kein Architekt, keine Ahnung, die, sie ist ihm komplett durch den Unterarm gehauen und auch unten aus dem Klo rein, oben aus dem Klo raus. Er kann sich so gut wie gar nicht bewegen, weil er, wie gesagt, eine saftige Fleischwunde hat und dazu kommt, dass er sich beeilen muss, weil es zu einer Sprengung kommt, weil das Gebäude und auch die Baugrube dort, wo er sich befindet, wird in 80 Minuten gesprengt oder 90, 90, 80, ist auch egal. Er hat ein gewisses Zeitlimit und jetzt muss er sich überlegen, wie zum Teufel kommt er da raus. Vor allem hat er noch eine schwangere Freundin und das Ganze, na ich sag mal so, es hat noch der gute Horst, der Bürgermeister, der Bürgermeister der Stadt hat da auch noch seine schmierigen Hände mit im Spiel. Und das ist alles. Wir sehen minimale Rückblenden oder ähnliches, aber ansonsten sehen wir ausschließlich 90 Minuten im Dixi-Klo mit dem Schauspieler Thomas Niehaus, der den Frank spielt und den kenne ich jetzt aus keinen anderen Film, außer so Sachen von der ARD, ZDF, MDR, habe ich mal geguckt, hat der ein paar Sachen gemacht, aber da kennt man, den kenne ich zumindest sonst nicht. Der hat dann nichts Großes gemacht und der Horst, der sehr Deutsch-Genre-Trash-mäßig sich selber synchronisiert, weil man sieht ihn eigentlich fast nie, der ist gespielt von Gedeon Burka, den kennt man, ich weiß nicht wann und wie er in Glorious Bastards auftritt, das habe ich nicht vor Augen, aber da hat er mitgemacht und dann noch aus dem Sauerkrautkoma, das ist ja auch eine große Reihe, in dem Sauerkrautkoma hat er mitgespielt. Und just im Kino, drei Fragezeichen, Erbe des Drachen, den habe ich letztens geguckt mit meiner Tochter im Kino und da hat er mitgespielt. Ja, ja, genau, also ich bin up to date, was diesen Schauspieler angeht und wir haben ihn aber, wie gesagt, hier fast nur gehört und nur ganz selten gesehen und das ist das große Problem und das ist, ja, das ist wirklich, wenn mich jemand fragen würde, sag mal, was meint ihr eigentlich immer mit irgendwelchen Genre-Filmen? Würde ich sagen, guck dir, ach du Scheiße an, zumindest im deutschen Bereich, das, ja, der hat für mich wirklich einfach Spaß gemacht und funktioniert und sah toll aus, oder? Ich fand, der sah wirklich toll aus. Ich habe ihn leider nicht ganz gesehen, war ja das Problematische an der ganzen Sache, ich habe nur, ich glaube, die ersten 20 Minuten. Ja, das reicht, vom Look her bleibt das alles so, wie es ist, ja. Und da, da dachte ich noch, ah nee, das sieht, das sieht cool aus, ist eine coole Idee, die wir auch schon länger nicht mehr hatten, also ich kenne auch von so einem, von so einer Art Kammerspiel in Anführungsstrichen tatsächlich nur den Nicht-Auflegen von Joel Schumacher aus dem Jahre 2002 und den fand ich schon richtig geil. Dann dachte ich, naja, ich bin jetzt auch kein Fan des deutschen Films, das gebe ich auch immer offen zu, aber als der uns vorgeschlagen wurde, dachte ich, okay, Man vs. Toilet, Klostrophobie, das klingt doch eigentlich ganz gut. Was macht den Film in deinen Augen so besonders? Wie er mit der kleinen, mit dem ganz kleinen Raum umgeht. Man denkt sich, okay, das ist irgendwie, es ist eine Toilette, ja, aber was kann, was kann ein Dixi-Clo mir bieten, dass ich diesem Mensch 90 Minuten dabei zugucke, wie er versucht? Da zu entkommen. Und dann klappt es aber, weil er erstmal versucht, er selber so ein bisschen zu rekonstruieren und ihm fällt immer mehr ein, was wie passiert ist und es liegen diverse Gegenstände da drin und es wird selbst mit wirklich den ekligen überlassenen Hinterlassenschaften der Menschen, die da vorher drauf waren auf dem Dixi-Clo, einfach gut umgegangen. Und dann, natürlich fällt dann noch irgendwas, das Handy fällt dann in die Scheiße rein und dann muss er aber irgendwie über Touch, weil es ja nun mal ein Smartphone ist, versuchen, die Polizei zu rufen und dann lässt er sich da echt tolle Sachen einfallen. Es gibt immer mal wieder Farbfilterwechsel und verschiedene Kameraeinstellungen und das ist einfach schön kreativ, was wir da sehen und halt wirklich eklig, wirklich ekelhaft. Wenn ihm da diverse Flüssigkeiten ins Gesicht spritzen, weil er versucht, irgendwas, vielleicht mit einem Rohr, das er löst, die Tür aufzumachen und die Wunde, die er hat, die ist wirklich gut gemacht. Man hat irgendwann, wenn er sich zu viel bewegt oder er sich zu viel bewegt, auch so ein Close-Up von seinem, also in Speiche und Elle, da steckt das zwischen. Man sieht dann richtig auf einer Nahaufnahme, wie die dann nochmal brechen, weil er sich falsch bewegt. Oh, das ist so wirklich, wirklich ekelhaft gemacht und hält auch dadurch, dass er immer weiter überlegt, wie er da rauskommt, kreativ. Und auch im Hintergrund, man quasi, als wäre es aus dem Off, immer wieder den Bürgermeister hört, wie er mit dem Publikum spricht. Dadurch lernt man immer noch so ein bisschen den Bürgermeister kennen, aber auch die Hintergrundgeschichte kennen, weil der Bürgermeister möchte das Ding alles, das möchte er alles abreißen. Da kommt natürlich ein tolles Hotel hin und es gibt auch asiatische Investoren und es ist ein richtiger Proll. Und dann hört man aber immer wieder, ja, ach Frank, wo bist du denn? Ach, und jetzt hier, der Frank meldet sich und alles so ein bisschen drüber. Und das greift alles super ineinander, auch wenn er alleine ist, ist alles so außenrum. Der bietet dir noch so ein bisschen vom Auditiven noch mehr Hintergrundgeschichte, hatte ich ja gerade schon gesagt. Das klappt ganz gut. Der langweilt für mich keine Minute. Und man hat noch Uke Bosse, den ich ja auch gern mag, am Ende noch in einer kleinen Nebenrolle. Das war natürlich auch sehr lustig, aber da verrate ich weiter erstmal nichts. Ja, schieß erstmal los von dem, was du gesehen hast. Also was ich soweit gesehen habe, hat es mir auch wirklich gut gefallen. Ich fand das Szenario erschreckend eklig. Und die Effekte bis dahin, was ich gesehen habe, hat mir alles auch wirklich gut gefallen. Auch finde ich, dass Niehaus die Sache gut trägt. Also das macht eine Spitzung, weil das ist eine super One-Man-Show, die er da abfeuert. Und was ich so im Nachhinein noch gelesen habe, ist, der Film hat ja wirklich super Kritiken auch gekriegt. Ja. Und kommt im, lasst mich jetzt nicht lügen, ich habe es nicht genau raus, ich glaube im Mai sogar auf Netflix. Oh ja, das ist natürlich, genau. Es gibt den schon online zu kaufen und zu leihen. Genau, das ist schon. Aber bei Netflix, da sollte man sich den unbedingt, unbedingt angucken, möchte ich mal sagen. Und die Rettung des deutschen Films oder, naja, ich hatte damit so meine Probleme, was ich als gelesen habe, weil das ist die Rettung des deutschen Genre-Films. Ich wüsste jetzt tatsächlich, aber gut, ich bin da auch echt der falsche Ansprechpartner, gar nicht, ob es sowas in der Art schon mal auf Deutsch gegeben hat. Ich glaube nämlich nicht. Sowas in die Richtung glaube ich nicht, nee. Also ich, ja, es ist ja, es wird ja immer so auf dem deutschen Film rumgehackt. Es ist aber halt auch einfach, weil Herr Schweiger sehr präsent ist auch. Das ist einfach, es ist einfach so. Und es gibt schon tolle, es gibt schon tolle deutsche Filme. Es gibt den Nachtmar zum Beispiel, das ist ein kleiner, ein kleiner toller Film. Also ein richtig kleiner Low-Budget-Film. Es gibt das Letzte Land, ich würde sagen ein No-Budget-Film, ein absolut geiler Sci-Fi-Film, um jetzt nochmal zwei zu nennen, die in die ähnliche Kerbe schlagen. Nicht unbedingt, was Horror oder Sonstiges angeht, aber das sind ganz kleine, ganz, ganz klein budgetierte. Die sind auch ganz, ganz toll und da kommt viel Tolles bei raus. Oh gut, im Westen nichts Neues, der erfolgreichste deutsche Oscar-Film jetzt geworden. Das ist aber halt nochmal ein ganz anderes Budget. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Ja, man muss schon ein bisschen suchen, weil wenn man sich nicht auskennt, landet man halt bei deutschen Filmen, die sind wie jeder. Weißes Plakat, rote Schrift, das sagt schon alles. Das ist halt so das Problem und das hier bietet einfach mal was anderes. Ja, auf jeden Fall. Also ich will mir auch definitiv nochmal, also weiter anschauen sozusagen, um zu gucken, wie es dann ausgeht. Ja, die Effekte hast du ja schon angesprochen. Ist es für dich eine absolute Empfehlung? Für mich ja. Ich kann mir vorstellen, dass manche damit vielleicht einfach, weil es halt sowas kleines, nischiges ist, nicht ganz so mit zurechtkommen. Aber ich würde ihn tatsächlich komplett empfehlen, ja. Weil der auch einfach unterhaltend ist. Er ist halt komplett schwarzhumorig, weil das, was ihm passiert, ist dadurch, wie es ihm passiert, auch einfach gut gemacht. So, er dreht immer mehr durch. Irgendwann denkt man, er ist völlig verrückt. Und es wird aber irgendwie mitgefiebert, weil klar, man hat den, man hat halt die, die, die schwangere Frau so. Das ist halt, das ist halt so der Aufhänger, man, irgendwas braucht man ja. Und spannend hinten raus ist er auch. Es ist einfach alles ziemlich cool, weil er auch einfach eklig ist. Aber auf so eine Art eklig, nicht auf diese Splatter-Art eklig, weil er, man hat nur seinen Arm, sondern es ist halt einfach die ganzen Körperflüssigkeiten von vielen Menschen. Und irgendwann, wenn er dann da aus irgendwelchen Gründen ins Klo fasst und da in dieser Kacke-Matsche wühlt, und dann kriegt er was ins Gesicht und dann wischt er sich irgendwie durchs Gesicht, weil, aber dann, man weiß genau, er wischt sich gerade mit seinen kackebeschmierten Händen durchs Gesicht, um Urin wegzuwischen. Ey, das ist halt alles, ich habe dabei übrigens gefrühsticht, nee, Pizza habe ich gegessen währenddessen. Bringeblieben, das ist ja gut. Ja, absolut, ja, habe ich einen harten Magen. Ja, aber wie gesagt, nicht so viel Essen, guckt euch den Film lieber ohne Essen an. Der geht auf nur 90 Minuten. Ich glaube, die, die sich auf deutsche Genre einlassen können, die werden damit ihren Spaß haben. Na dann, das klingt doch schon mal nach einer ordentlichen Empfehlung. Wie gesagt, also 20 Minuten habe ich gesehen, die haben mir sehr gut gefallen. Ich werde ihn auf jeden Fall mir nochmal angucken und diesmal ganz. Ja, bitte. Ja, ich hoffe es, dass ich nicht schon wieder abbreche. Aber, ja, hast du noch irgendetwas oder wären wir du? Nö. Wir haben jetzt uns das Prachtstück zum Schluss aufgehoben. Und ansonsten gibt es nichts, weil sonst kann man ja immer noch ein bisschen über die Schauspieler reden, aber das ist eine One-Man-Show. Und über den Bürgermeister haben wir ja schon was gesagt. Eklig, gute Effekte, schöne Kamera, hat mich alles überrascht. Und ich war rundum zufrieden. Ja, das ist schön. Ja, das ist für mich auch tatsächlich eine 4 von 5. Das hätte ich selber nicht gedacht, aber ist es. Guckt ihn euch an. Dann hoffe ich, ihr habt Spaß mehr als ich der beiden Sichtungen. Und wir werden in vier Wochen wieder eine neue Ausgabe rausbringen. Ich hoffe, diesmal ist was dabei, was zumindestens mal mir gefällt. Wir werden sehen. Irgendwas finden wir schon. Klar, es ist halt auch immer so ein bisschen Glückssache, dadurch, dass es gibt ja nun mal auch wirklich viele und tolle Horrorfilm-Podcasts. Und es bringt ja nicht viel, wenn wir jetzt sagen, ja, guck mal, wir besprechen jetzt schon wieder Psycho. Wir besprechen jetzt schon wieder die ganze Halloween-Reihe. Und deswegen ist halt ein bisschen Hit und Miss bei uns, weil wir kriegen ganz, 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 ganz viele E-Mails mit ganz, ganz vielen Filmen. Und da müssen wir uns halt auch für irgendwas entscheiden. Ja, und in dem Fall haben wir immerhin einen richtig, richtig tollen Genre-Treffer und zwei, zwei so mäßige Dinger, die, von denen vielleicht sparen wir ja manchen Leuten die Zeit, dann müssen sie sich das nicht angucken. Richtig. Ne? Ja, dann darfst du schon mal Ciao sagen. Ja, ich wünsche allen viel Spaß mit zumindest Ach, du Scheiße. Guckt ihn euch an. Und falls das hier irgendjemand hört, das ist irgendwie, das ist ja so ein kleiner, unser kleines, ja, Pilotprojekt, Testprojekt hier. Ähm, ich hoffe, es hat zumindest bei der ersten Folge Spaß gemacht und bei der zweiten Folge wird es natürlich noch viel besser. Also es wird überragend, dass, ähm, deswegen sollte man da unbedingt wieder reinhören. Movie Cannibals, fantastischer Name. Vielen Dank an unsere ganzen Tele-Stammtisch-Menschen, die da gebrainstormt haben für zehn Sekunden. Wünsche allen viel Spaß, liebe Grüße und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.